Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde hier im Whisky-Club. Mein Name ist Thomas Thiemeyer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Woche, unschwer zu erkennen, geht die Reise nach Schottland, in den hohen, rauen Norden von Schottland, auf die Insel Skye, hin zu einer Distillerie mit dem Namen Talisker. Talisker ist bei uns kein Unbekannter hier im Whisky-Club. Wir haben bereits getestet den klassischen zehnjährigen, der übrigens auch in meiner Auswahl 2015 für die besten Einsteiger-Whiskys mit dabei war. Ich habe aber auch schon getestet die Distiller's Edition, beides erstklassige Tropfen. Und heute habe ich euch mitgebracht den 57 Point North, 57 Grad Nord. Ja, ganz kurze Einleitung. Talisker, hier liegt die Isle of Skye und im Mittemang drin liegt die Distillerie Talisker, gegründet 1831 und bis jetzt noch die einzige Distillerie auf der Isle of Skye. Es gibt Gerüchte darüber, dass eine zweite gebaut wird, irgendetwas völlig anderes, aber ehrlich gesagt weiß ich noch nicht viel darüber, muss ich mich mal schlau machen, erfahrt ihr dann hier zu gegebenem Anlass. Ja, Talisker gehört dem weltgrößten Spirituosen-Konzern Diageo, zu dem auch Lagavulin und etliche andere wunderbare Distillerien gehören und zeichnet sich dadurch aus, dass er einen sehr rauchig-maritimen Charakter mitbringt. Also wer nicht auf rauchige Whiskys steht, kann eigentlich jetzt schon abschalten. Wer aber wie ich auch die Eiler-Whiskys sehr mag, der wird den hier zu schätzen wissen. Bisschen ungewöhnlicher Name, 57 Grad Nord. Einerseits bezieht es sich auf den nördlichen Breitengrad, auf dem diese Distillerie liegt. Wenn man nämlich hier den Breitengrad durchzieht, dann haben wir 57 Grad nördlicher Breite. Es bezieht sich aber auch auf den Alkoholgrad, mit dem dieser Whisky abgefüllt wurde, nämlich mit strammen 57 Prozent. So, deswegen habe ich auch mein Wasserkännchen schon in Reichweite. Den werde ich nicht unverdünnt trinken. Es ist ein N.A.S. Whisky, Non-Age-Statement, keine Altersangabe. Er ist gefärbt und kühl gefiltert, wie ich in Erfahrung bringen konnte. So sieht er aus. Eine recht ansprechende, natürliche Farbe. Gar nicht so, dieser penetrante Orangeton, den man bekommt, wenn man zu viel E105A reinkippt, Zuckerculeur. Ich zeige euch hier nochmal die Flasche. Klassisches Telesca Design. Schön gemacht, hier auch mit der Insel, der Schriftzug. Man erfährt leider nicht sehr viel Originelles auf dem Label. Warum auch, das machen sie alle nicht so gerne. Stabiler Umkarton. Dieser Whisky wurde in, ah ja, hier steht es, in American Oak Refill Casks gereift. Also in wiederbefüllten Weißeiche-Fässern aus den USA. Man darf davon ausgehen, dass da vorher drin war. Sweet to start, it explodes with smoke and volcanic pepper. Also süß am Anfang explodiert das Ding dann mit Rauch und vulkanischem Pfeffer. Ja, das klingt doch spannend, oder? Vulkanischer Pfeffer hatte ich auch mal nicht. Ich werde ihn mal so verriechen, ohne Verdünnung. Super, super, super. Süß, extrem süß und rauchig, beides. Konzentriert. Eine wunderschöne, rosinige Süße und dann der Rauch obendrauf. Nicht so stark wie bei Lagavulin, nicht so stark wie bei Lafroig. Nein, 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 nein. Auch Carl Ila ist deutlich kräftiger. Aber sowas in Richtung Beaumont. Was wird der haben? 20, 25 ppm. So um die Drehe. Also es ist ein, wie ich es immer sage, ein ergänzender Rauch. Ein Rauch, der sich zu dem normalen Aroma, zu dem Fassaroma und zu dem Brennereiaroma hinzugesellt. Und mit dem dann so eine schöne Dreieinigkeit bildet. Der überlagert den Whisky nicht. Und das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Das gefällt mir bei allen Taliskan und das finde ich auch hier wieder. Und wirklich eine tolle Süße. Das muss ich sagen. Ich habe den 10, weder den 10-Jährigen noch die Distiller's Edition so süß in Erinnerung. Tja, probieren wir mal. Neat. Ich habe jetzt wirklich nur einen kleinen Schluck genommen, weil ich bin ein vorsichtiger Typ. Und ich muss feststellen, der ist gar nicht so aggressiv alkoholisch wie viele andere Whiskys mit so einer Trinkstärke. Ich würde sogar echt mal behaupten, den kann man pur trinken. Mal gucken. Ich probiere es nochmal. Doch. Absolut pur trinkbar. Geht. Interesse halber werde ich trotzdem ein bisschen Wasser hinzufüllen. Einfach, weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, dass sich unter Zugabe von Wasser das Aroma eines Whiskys verändert. Meistens macht er dann mehr auf. Meistens gibt er mehr von seinem Aromenpreis. Schauen wir mal, ob das hier auch so ist. Ja, in der Nase spürbarer Unterschied. Diese rosinige Süße ist jetzt ein bisschen weg. Jetzt kommen eher Saftorangen, Citrusfrüchte. Immer noch ein schöner Rauch. Ein dezenter, angenehmer Rauch. Aber man erlebt mehr mit ein bisschen Wasser drin. Ist so. Er ist nicht mal ganz so verschlossen. Probieren wir mal. Jetzt kommen diese wunderbaren Malzaromen. Dieses wunderbar geröstete Malz. Dazu Heidekraut. Gar nicht so pfeffrig wie die anderen Terliskas. Also zumindest nicht wie der Zehner. Eine wunderbare Süße. Eine trockene Süße, wenn es das überhaupt gibt. Toller Rauch. Ölig. Mundfüllend. Ganz, ganz toller Geschmack. Frucht. Viel süße Frucht und Vanille. Das ist ein absolutes Traumstöpfchen, würde ich mal sagen. Der ist wunderbar gelungen für einen Nase Whisky, aber auch für einen Whisky mit Altersangabe. Wieder mal ein Beweis dafür, dass man Nase nicht immer nur links liegen lassen sollte. Dass Nase durchaus gute Qualität haben kann, nur leider häufig zu teuer ist. Aber in diesem Fall ist er gar nicht mal teuer. Rangiert so zwischen 50 und 60 Euro. Und das für einen Whisky mit Fassstärke. Also mit 57 Volumenprozenten Alkohol. Finde ich einen absolut fairen Preis. Und der ist toll gelungen, der Whisky. Hat Talisca richtig gut hinbekommen. Also, wenn ich jetzt so eine Hierarchie bilden müsste, würde ich sagen, zuerst die Distillers Edition, dann der 57 Grad Nord, und dann der klassische 10-Jährige. So in der Abfolge. Ja. Der hat erstaunlicherweise so eine gewisse Sherry-Süße, obwohl das nicht sein kann. Der kommt ja aus reinen amerikanischen Weißeichgefässern. Er hat aber trotzdem so was, so was, ja, Sherry-Süße kann man nicht sagen. Sherry ist ja eigentlich trocken, aber diese Rosinigkeit, diese Fruchtigkeit, diese dunklen Früchte, die erinnern mich stark an Sherry-Fassreifung. Hm, kommen die da rein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass mir dieser Whisky ausgezeichnet schmeckt und dass ich ihn euch dringend ans Herz legen möchte, den wenigstens mal zu probieren. So, Wertung. Dallas Can-Hall. 57 Degrees. Kriegt von mir. 93 von 100. Jetzt muss ich mal gucken, was ich dem Distillers Edition überhaupt gegeben habe. Nicht, dass ich das jetzt höher gegangen bin, aber ich bin einfach so begeistert von dem. Auch davon, dass man ihn wirklich auch unverdünnt trinken kann. Und er nicht völlig erschlagen wird von dem, sondern dass er auch unverdünnt schmeckt. Schöne Sache. Tolle Sache. Telesca. Wunderbar. Hinbekommen. Wunderbar hinbekommen. Ja, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Es war mir wieder ein Vergnügen. Es war mir wieder eine Freude. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was so passiert. Ich habe übrigens erfahren, dass die News, immer wenn man den Kanal abonniert, immer so eine knappe Woche erst später eintrudeln per E-Mail. Finde ich ein bisschen lange. Warum macht YouTube das nicht etwas schneller? Habt ihr auch die Erfahrung gemacht? Also das war jetzt mal so eine Rückmeldung, die ich bekommen habe. Da hieß es, ja, ich bekomme die Rückmeldung per E-Mail eigentlich immer erst am Samstag, bevor dann das nächste Video hochgeladen wird. Keine Ahnung. Ist das bei euch auch so? Ja, wäre schade, weil du musst ja so lange warten. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich nächste Woche wieder hier zu sein und euch einen neuen tollen Tropfen vorstellen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.